Willkommen in meinem Bettchen. Und bevor ich gemeinsam mit Ihnen meine Highlights der Woche zelebriere, da muss ich mich ja erstmal bei jemandem bedanken. Und zwar bei Ihnen. Ihre vielen positiven Kommentare unter meinen Videos, die tun mir richtig gut. Die sind wie viele kleine Lichter in einer trüben Zeit. Man könnte sagen, dank Ihnen habe ich einmal die Woche innerlich die Lampen an. Vielen Dank dafür, was Sie mir alles schreiben. Es ist so schön wie früher eine Schale Pommes mit Mayo im Freibad. Damals, als das deutsche Freibad noch keine internationale Krisenregion war. Naja Gott, vorbei. Wie sagte Katrin Göring-Eckardt einst so schön? Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch und ich freue mich drauf. Eine Frau mit seherischen Fähigkeiten? Tragisch, dass Frau Katrin Göring-Eckardt nicht in einem Freibad arbeitet, wo sie die drastischen Änderungen am eigenen Leib genießen könnte. Stattdessen hockt die arme Frau im Bundestag, umgeben von schwer bewaffneten Polizisten. Was sie dadurch alles an charakterbildenden Erlebnissen verpasst, das ist jammerschade. Ich habe dieser Tage übrigens gelesen, dass es Freibäder gibt, die einen Sicherheitschef haben. Ist das nicht extrem beruhigend, dass wir jetzt Sheriffs haben, die aufs Nichtschwimmerbecken aufpassen? Wir gehen wahrlich goldenen Zeiten entgegen. Wahrscheinlich hat bald jedes Dorf einen Verteidigungsminister und jeder Landkreis eigene Luftlandetruppen mit Scharfschützen und leichten Panzern. Da muss man sagen, Deutschland ist vermutlich das sicherste Land der Welt. Also ich bin schwer beeindruckt, wie herzhaft unsere Behörden durchgreifen, wenn in einem Freibad der Mob die Macht zu übernehmen droht. Da kennen die Behörden ja nichts. Da ziehen die knallharte Konsequenzen und sperren das Freibad einfach zu. Das ist eine klare Botschaft und eine wichtige Lehre für die Menschen. Die meisten Deutschen kennen den Begriff bedingungslose Kapitulation ja nur aus den Geschichtsbüchern von 1945. Das war für die meisten jungen Leute ja eine rein theoretische Formulierung. Aber jetzt bekommen sie die Chance zu erleben, wie sich das im echten Leben anfühlt, wenn ein Staat sich unterwirft. Da haben diese jungen Menschen doch für ihr ganzes Leben was davon. Genau dasselbe mit den Klimaklebern. Die tollen Aktivisten steigen in Hamburg, in Düsseldorf über den Flughafenzaun und pappen sich auf die Landebahn. Und wo landen sie? Im Gefängnis, wo mancher herkömmlich denkende Mensch sagen würde, da gehören sie auch hin? Nein! Nein, sie landen in den Tagesthemen als freundlich begrüßte Interviewpartner, wo sie nochmal richtig ausgiebig Werbung für ihren Fanatismus machen dürfen. Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich Fanatismus gesagt. Ich meinte Aktivismus. Danke dafür, Tagesthemen. Wobei ich mich ja inzwischen schon ein bisschen frage, für was steht beim Namen öffentlich-rechtliches Fernsehen eigentlich das Wort rechtlich so genau? Weil Recht und Ordnung spielen da ja offensichtlich keine so große Rolle. Aber vielleicht sehe ich das jetzt auch wieder viel zu eng. Vielleicht sind Recht und Ordnung ja inzwischen rechts. Das steckt ja auch schon drin im Wörtchen Recht. Ja, dazu sage ich jetzt mal lieber nichts mehr. Man will ja seinen schlechten Ruf nicht ohne Not noch schlechter machen. Ein herzliches Dankeschön auf jeden Fall den Aktivisten. Danke für den interessanten Test der Sicherheit von deutschen Flughäfen. Wissen Sie, ich bin ja echt naiv. Wenn ich bislang so an einem Flughafenzaun vorbeigekommen bin, dann habe ich mir oft gedacht. Sieht ja nicht besonders aus. Aber wir sind ja kein Bananenland. Bestimmt sind da überall Kameras und Sensoren. Und wenn an diesem Zaun nur einer auch nur rüttelt, dann rückt sofort das Einsatzkommando aus. Da können Sie mal sehen, wie naiv und dumm ich bin. Einmal Ossi, immer Ossi. Jetzt habe ich es aber begriffen. Die deutschen Flughäfen sind so gut gesichert, wie der Hühnerstall von meinem Onkel Erwin. Ein bisschen Maschendraht und fertig ist die Laube. Ich finde das gut zu wissen. Und genauso geht es garantiert zu manchen Terroristen. Dank der Aktivisten ist jetzt jedem klar, auf deutschen Flughäfen ist täglich Tag der offenen Tür. Außer man geht offiziell durch die Security. Dort nehmen sie dir jede Flasche Sprudel ab. Jedes Fläschchen. Aber wenn du mit der Panzerfaust über den Zaun steigst, dann hast du freie Bahn. Und falls du kein Selbstmordattentäter bist, darfst du nach vollbrachter Tag auch noch in die Tagesthemen für ein kleines Interview. Was sind wir einfach für ein super schlaues Land? Voller Kompetenz und Tatkraft. Wer, wenn nicht die Deutschen, könnte im Alleingang den Planeten vorm Verglühen retten. Herrlich. Wir wollen ja seit ein paar Jahren so gern Vorbild sein für den gesamten Rest der Welt. Und ich bin inzwischen überzeugt, das werden wir auch schaffen. Deutschland, das weltweite Vorbild für den freiwilligen und umfassenden Kontrollverlust. Zum Glück weiß man bei uns ja immer sofort, wer an allem schuld ist. Das weiß man sofort. Wissen Sie auch, oder? Es sind die Populisten. Eine unserer Wirtschaftsweisen, Frau Ulrike Malmendier, hat es die Tage wieder mal super auf den Punkt gebracht. Der Fachkräftemangel in Deutschland liegt vor allem daran, dass ausländische Fachkräfte Angst vor der AfD haben. Habe ich mal wieder ganz falsch gelegen. Mensch, ich dachte ja, das liegt an ganz anderen Sachen. Zum Beispiel daran, dass wir die weltweit höchsten Steuerabgaben haben. Eine zerfallene Infrastruktur, eine völlig hirnlose Einwanderungspolitik und einen von Regierung und Medien Tag aus Tag eingeschürter Hass auf Leistung und Erfolg. Wie will man denn Leute anlocken, die es hier zu Wohlstand bringen wollen, wenn man dauernd so tut, als wären Besserverdiener ekelhafte Abstauber? Dachte ich jedenfalls. Nein, nein, ich dumme nicht, sondern es ist die AfD. Ich frage mich nur, warum fahren Leute heutzutage immer noch begeistert nach Italien, obwohl dort die super-ultraböse Postfaschistin Meloni regiert? Und warum wollten selbst als Satan Donald Trump regierte Hunderttausende um jeden Preis in die USA einwandern? Aber was versteht denn ich? Ich bin ja keine Wirtschaftsweise. Seit ein paar Wochen hat Deutschland noch einen weiteren Erzfeind erkannt? Den Sommer. Am lautesten warnt ja wie immer unser Lieblingsdoktor Karl der einzig wahre Lauterbach. Der Kampf gegen den Sommer kostet den tapferen Karl inzwischen so viel Kraft, dass er selbst gar keine Zeit mehr hat, mal zu untersuchen, was bei Corona alles schiefgelaufen ist. Ich kann ihn verstehen. Das ist ja auch alles Schnee von gestern. Mensch, die Toten sind gestorben. Was will man doch noch groß in Einzelheiten stochern? Neues Spiel, neues Glück. Und das neue Spiel heißt eben Killersommer. Am tollsten fand ich diese Woche die Warnung vor der Hitzewelle mit den 48 Grad, die Grad Südeuropa niederbrennen. Die ESA hatte diese 48 Grad entdeckt, die Europäische Weltraumorganisation. Die macht jetzt auch im Wetter. Klar, man muss liefern, was der Kunde wünscht. Und der Kunde wünscht sich nun mal Panik. Leider hatten die genialen Spezialisten von der ESA Bodentemperatur und Lufttemperatur verwechselt. Das fiel unserem Mann aus Harvard leider auch nicht auf. Der Qualitätspresse ebenfalls nicht. Und fertig war das neue Höllenfeuer. 48 Grad. Obwohl, da sagt mein Udo, bei der Temperatur, da kriege ich ja nicht mal mein Kotelett richtig durcherhitzt. Egal, zum Sterben reicht's, meinte jedenfalls der Lauterbach. So weit so schön. Die Nummer war halt leider der totale Krampf und wurde dieser Krampf dann ordentlich zurückgenommen mit einem dicken Sorry, wie blöd. Natürlich nicht. Denn vom Gefühl her stimmt's ja trotzdem. Wir alle müssen dringend unterscheiden lernen zwischen schlechten Lügen und guten Lügen. Die schlechten Lügen sind zum Beispiel die der Populisten und die guten Lügen, das sind die der, naja, guten. Und eine gute Lüge, die ist auch immer ein Stück weit wahr. Falls Sie im Osten aufgewachsen sind, dann kennen Sie das Prinzip ja schon. Wenn Sie ein Wessi sind, keine Angst, Sie lernen es auch noch. Und falls Sie manchmal denken, ich halte diesen Schwachsinn nicht mehr aus, dann machen Sie es doch einfach wie der Bundeskanzler. Den findet ja die Mehrheit dieses Volkes mittlerweile unzureichend. Das will echt was heißen, wenn die braven Deutschen sich mal trauen, jemanden nicht gut zu finden. Und was macht Herr Scholz in dieser unangenehmen Situation? Er zieht einen Fachmann aus dem Ärmel, der mit seinem Wirken absolut zufrieden ist. Note 1 für Olaf Scholz vom Fachmann Olaf Scholz. So erlebt man den in Interviews. Ein Mensch, der mittlerweile so weit weg von jeglicher Realität lebt, dass er alles super findet. Mein Tipp für Sie, wenn Sie meinen, dass hier eine Menge schiefläuft, machen Sie es wie Olaf, klinken Sie sich geistig einfach aus. Das ist inzwischen völlig ungefährlich. Früher kam man für sowas in die Gummizelle, heute kommt man in den Bundestag und in die Regierung. Und natürlich in die Tagesthemen. Das war's aus meinem Meckerbett. Seien Sie doch so lieb, falls Sie es mochten. Liken Sie das Video und abonnieren Sie meinen Kanal. Und im Gegenzug wünsche ich Ihnen bis nächste Woche von ganzem Herzen. Gute Nacht, Deutschland.